Hallo, ich bin die Ina von World Launch Berlin. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich entwickle tolle Schnittmuster mit sehr 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 ausführlichen Nähanleitungen, sodass jeder Nähanfänger mit einer einfachen Nähmaschine zu richtig tollen Ergebnissen kommt. Ich zeige euch mal ein Beispiel für Annas Shirt und Kleid. Das wäre dann die Größentabelle und Schnittvorder- und Rückteil. Ganz einfach bunt und die Ecken sind alle mit Größen angegeben. Gerade arbeite ich an einem tollen Sommerrock in fünf Längen mit einem breiten Bündchen hüftig oder High Waist zu tragen, mit oder ohne seitliche Taschen, wie man gerne möchte und aus jedem Stoff nähbar. Ich sage nur, der Sommer kann kommen. Bis zum nächsten Mal.